hallo ich bin marius ich bin vater von zwei kindern ja man sieht 24 7 24 7 und das jetzt schon seit zwei jahren in elternzeit und jetzt habe ich das ist das schöne daran man darf sich einfach nicht außer ruhe bringen lassen man muss einfach nur viel geduld aufbringen für seine kinder da sein und das lernt man so finde ich weil ich so erleben durfte eben am besten in einer elternzeit in einer langen elternzeit und ja ich sehe schon mit einem traurigen auge wenn meine elternzeit irgendwann zu ende ist aber damit endet ja nicht meine aktive vaterschaft sondern ich nehme diese drei jahre mit und kann gestärkt rausgehen und später auch in schwierigen momenten im alltag für meine kinder eben da sein und das wissen sie auch dass sie sich dann auch auf mich verlassen können und das ist das schöne an einer aktiven vaterschaft mit den kindern durch dick und dünn zu gehen versuch auch du es ich sehe schon mit dem 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 ich sehe schon mit